Die Materialien, das ist das selbe Material, man hat da gemischt gemacht, wo Cylon, diese Weltraumtechnik von uns Material, mit Fichte, also man hat Fichte-Gewebe genommen, man hat Cylon-Gewebe genommen, Fichte, das ist die Fichte, das muss aber die Fichte sein, wo unsere Klavierlehrer und unsere Jünger sind. Und dann, auf jeden Fall ist es ein Fichte-Cylon-Gemisch, und dadurch hat das nochmal akustisch so eine Loginität, so mit dem Holz zusammen, und da auch dann alle Chas, die alle im Korb aus dem Selbermaterial sind, die einzelnen Übergänge, auch harmonisch. Das habe ich genug erzählt, das hören wir nochmal rein. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.